Der Anschlagpunkt oder auch umgangssprachlich sekurant genannt, ist der Festpunkt zur Verwendung für die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Er muss also den Kräften eines Absturzunfalls unbedingt standhalten. Er ist nämlich genau dafür zertifiziert. Wenn wir über einen Anschlagpunkt sprechen, dann reden wir in der Regel über einen ganz konkreten Punkt, das heißt über eine Öse, eine Ringöse. Davon ist dann meistens die Rede. Hier ist ganz wichtig, die Abgrenzung zur sogenannten Anschlag-Einrichtung zu finden. Mehr zum Thema Anschlag-Einrichtung findest du in einem unserer anderen Handbuchartikel. Wenn wir über den einen Anschlagpunkt sprechen, dann ist immer unglaublich wichtig zu berücksichtigen, welches Produkt verwende ich und wo wird es positioniert. Denn Auswahl des Produktes und Positionierung müssen für den späteren Einsatzbereich unbedingt optimiert sein. Frag dich also immer, welcher Arbeitsplatz bzw. welcher Verkehrsweg soll mit diesem einen Anschlagpunkt abgesichert bzw. erreicht werden.